Der Machfelderhof in Deutsch-Wagramm ist berühmt für seine tollen Feste und Partys. Dieses Mal fand das Maike Charity Dinner unter dem Motto der große Gatsby-Stadt. Die Präsidentin des österreichischen Kinderschutzpreises Maike, Martina Fasselabend, lohnt am 10. Jänner zum Dinner in den Machfelderhof ein. Ich freue mich riesig, dass Gerhard Boczek heute für uns dieses Fest ausgerichtet hat. Der Great Gatsby ist unser Motto und wir wollen damit zum 8. Kinderschutzpreis eindeuten und hoffen, dass viele Projekte eingereicht werden, die wir dann im Oktober in einer großen Gala gern auszeichnen können. Zum Ersten finde ich es ganz toll, dass es einen Dresscode gibt. Wenn Dresscode, dann muss das so sein. Ich mag die Martina sehr gerne. Ich schätze ihren Einsatz. Und immer wenn es um Kinder geht, versuche ich wirklich zu helfen und mein großes Herz, das nach außen hin ja nicht sichtbar ist, da hinein zu finden. Darum komme ich auch gern zu ihren Veranstaltungen. Durch das Programm mit verschiedensten musikalischen Beiträgen führte der Entertainer und Sänger Gunter Frank. Im Zuckerlkreis steht die Zugerl von Geid immer mit den süßen Lachen und die guten süßen Sachen, die uns alle klickig machen. Gemäß dem Motto der große Gatsby durfte natürlich auch eine Tanzeinlage nicht fehlen. Gefeiert wurde bei bester Laune bis in die späten Abendstunden. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Mein Name ist Gabriella Mühlbauer von JustDeluxe.at und das Lachen Fisch.at Anrufe von JustDeluxe.at Anrufe von JustDeluxe